Die Angehörigen von Jim Tavare durchleben gerade eine schreckliche Zeit, denn der Schauspieler liegt nach einem schweren Unfall auf der Intensivstation im Krankenhaus. Bekannt wurde der Brete durch seine Rolle als Tom in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Weil er seine Tante in die Luft gejagt hat. Seine Frau Laura wendet sich auf Facebook mit diesem Foto an die Fans. Sie möchte ihnen mitteilen, dass er in einen heftigen Autounfall verwickelt worden ist. Eine punktierte Lunge und ein Genickbruch zählen neben den gebrochenen Rippen zu den lebensbedrohlichen Verletzungen, die Jim erleidet. Laura schrieb noch als Kommentar zum Bild, das ist echt, das ist nicht für eine Rolle. Bitte habt ein paar gute Gedanken für ihn, während er sich seinen Weg daraus kämpft. Die Kommentare unter dem Foto enthalten durchwegs gute Besserungswünsche. Da kann man nur hoffen, dass es dem Schauspieler bald wieder besser geht.